Titelverteidiger FC Hansa Rostock hat das Achtelfinale im Fußball-Landespokal von Mecklenburg-Vorpommern glanzlos überstanden. Der Drittligist zog am Samstag mit einem 4 zu 0, 1 zu 0, beim siebtligisten Penkuner SV in das Viertelfinale ein. Sufjan Benjamina, 32. Minute, Christopher Quering, 52. Willi F. Siv, 80. Und Tim Verünen, 86. Erzielten die Tore für das Team von Trijana Pafel-Dutchiv, der auf einige Stammspieler verzichtete. Anstelle von Janis Blaswig stand Ersatzmann Kai Eisele im Tor.